wandern auf der entdeckerschleife biohöfe im windrater tal natur biohöfe und genuss erleben die entdeckerschleife biohöfe im windrater tal bietet eine wunderschöne möglichkeit die ländliche idylle des bergischen landes in fellbert zu erkunden auf einer strecke von etwa elf kilometern mit ordentlich höhenmetern führt der rundweg wandernde durch das windrater tal das für seine biologisch geführten bauernhöfe bekannt ist ihr treffen landwirtschaft und natur auf beeindruckende weise zusammen die wanderung beginnt am restaurant bergische schweiz und verläuft durch malerische wiesen und felder unterwegs passiert man drei biohöfe die sich auf verschiedene arten des ökologischen landbaus spezialisiert haben diese höfe betreiben seit den 1970er jahren biologisch dynamischen und organisch biologischen anbau und bieten ihre frischen produkte in charmanten hofläden an besonders erwähnenswert sind die köstlichen käsesorten und anderen hausgemachten spezialitäten die wandernde direkt vor ort genießen können die landschaft ist geprägt von sanften hügeln weiten panoramen und einer reichen tierwelt kindern und familien sind hier besonders willkommen viele der höfe bieten innen und außen gastronomie an die zum verweilen einlädt highlights wie der hof zur hellen und der hof juth laden ein die arbeit der landwerke hautnah zu erleben sei es durch einen einblick in die artgerechte tierhaltung oder die teilnahme an saisonalen aktivitäten die entdeckerschlaffe selbst ist als mittelmäßig anspruchsvoll eingestuft was sie für wandernde mit durchschnittlicher kondition geeignet macht ich persönlich finde die tour jedes mal maximal anstrengend durch mehrfache endlose anstiege und das von kilometer null an auf dem weg gibt es neben den biohöfen auch zahlreiche weitere einkehrmöglichkeiten und aussichtspunkte die zu einer ausgiebigen pause einladen die beste wanderzeit ist von frühling bis herbst vorbei die strecke ganzjährig begehbar ist für die anreise bietet sich die buslinien 637 bis zur haltestelle bergische schweiz an alternativ gibt es parkmöglichkeiten in der nähe des staats im nizza tal die entdeckerschleife im windrater tal ist ein echter geheimtipp für wanderer und naturfreunde die wert regionale produkte und nachhaltigen tourismus legen ob für eine entspannte wanderung oder den genuss frischer bio erzeugnisse hier kommt jeder auf seine kosten